Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit Minikabin. Wie ihr seht, Tag 1, 7 Uhr, denn es ist die 1.1 raus und mein Server ist komplett. Ich krieg das Spiel gestartet, aber danach läuft nichts. Also ich kann nichts einstellen, nichts. Ich hab die Mods alle deinstalliert, alle interessiert das Spiel nicht. Jetzt hab ich mir gedacht, fangen wir nochmal von vorn an. Neue Karte, selbst erstellt und Einstellungen bleiben alle dasselbe, wie wir es vorher hatten, Permadev und bla bla bla. Kennt ihr ja schon, nur eben halt eigene Karte und wir spielen nicht mehr auf dem Server. Weil erstens, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis wir das hinkriegen und zweitens, bis dahin ist Weihnachten und Schwamm drüber. Hab ich gedacht, tun wir uns nicht mehr an. Äh, wir starten nochmal neu und ziehen hier erstmal durch. Wie durch. Und das ganz schnell. Weil wir haben nicht so viel Zeit. Also haben wir schon, aber ich will schon langsam da so... Ich habe jetzt eine 8000er Karte genommen, ne? Also, das soll sich ja auch lohnen. Wasser hab ich eingestellt, viele Städte. Bin ich ja mal gespannt. Wannnd. Ist nur verbrannt, wa? Trotzdem, ich sollte hier nicht sein, wa? Ich sollte hier nicht sein. Ich geh mal weiter. Obwohl, wir sind hier noch im Startbeillied. Ich bin hier spannend generell, also weil... Tatsache. Haben sie mich eingefügt. Sneaky Peaky ist jetzt eingestellt, wenn grün, keine Zombies in der Nähe. Gelb, Zombies da. Und, äh, neue Sound-Files wurden eingefügt und, äh, neue POIs. Also deswegen wollte ich auch, äh, alles neu anfangen und so. Ich will das hier sehen. Ich will alles. Ich will alles. So, jetzt bin ich am Steine. Och, Junge, Junge. Ich bin schon langsam heiser. Ich bin hier voll am Fluchen gewesen. Und voll an Meckern. Weil, wie gesagt, ich hab jetzt erst vor kurzem, äh, irgendwie konnte ich sowas, irgendwie konnte ich mir sowas denken. Ich hab nämlich meinen, äh, Server bloß für einen Monat verlängert. Nicht für drei oder so, sondern bloß für einen Monat. Jetzt weiß ich, wieso. So, ich brauch immer noch zwei Steine. Steine! So, eine Axt. Ja, wie gesagt. Wir lassen uns nicht unterkriegen, wa? Wir haben es eh mal geschafft. Wir schaffen es in zweitet und in drittet und in viertet und in fünftet. Alle, dude, ja, kein Problem. Wie gesagt. Wir sind ja hart gesorgt, sind wir. Aber ich muss sagen, ich bin nicht ein einziges Mal gestorben bei Permadeath, ne? egal, was kam. Wir haben es durchgezogen und, äh, nicht gestorben. Mal gucken, ob wir das, äh, beibehalten können. Es wäre sehr, sehr nice. Tätig fühlen. Ich will es aber noch nicht, wie wir es machen. Ob wir was eingebauen oder will er was im Schlag nehmen oder so. Ich hoffe mal nicht, dass es der neue Sound ist. Na gut, hört sich genauso an wie vorher auch. Nur sehr, sehr laut. Kleidung. Nein, Kleidung, Mensch. Mensch, Junge. Er hat so wenig Zeit. Unverschwendet sie noch. So, tragen. Knüppel. Check. Bogen. Check. Pfeile. Check. So, wo müssen wir hin? Da. 500 Meter. Ist ja um Necke. Alter, und wir hatten gerade Uschi zusammengekriegt. Ja, hart. Wat für ne Sauerei. Aber gut, vielleicht wären wir jetzt entschädigt. Also ich habe zwar Berge hier drin, aber ich habe jetzt nicht so groß. Also, wie gesagt. Viele Städte, viel Wasser und so. Bin ich ja mal gespannt. Bei einer 8000er Karte. Ich hoffe, wir kriegen Uschi schnell zusammen. Weil das werden schon 2 Meter werden. Na, das ist toll. Toll, Ding. Also, falls ihr das auch toll finden solltet. Däumchen, Träumchen. Das würde ich total fühlen jetzt von euch. Unterstützung. Ich brauche eure Unterstützung. Und Honig brauche ich jetzt. Ne, vor allen Dingen können wir das gleich mal testen, wie das denn aussehen tut. Stadtmäßig Perf... Perf... Performance. Wo ich hab Honig gekriegt. Wie gesagt. Soll ja besser und so. Wie gesagt. Grafik habe ich jetzt nicht geändert. Ist immer noch volle Bambule. Da ist der Kabin mal gespannt. Ja, ein bisschen so... Ein bisschen Ruckel und Zuckel ist ja... Aber... Das ist ja 7 days. Das ist original so. Auf den Arsch. Ne, 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 ne. Rück mir mal nicht auf den Peller, Junge. Ich bin ganz schlecht drauf. Ich bin super drauf. Voll tiefe, entspannt. Und, äh... Voller Entdeckungsdrang. Oh, ein Stein. Ich entdeckte diesen Stein. Jut, dass ich, äh... Da ist ein Voluminöser. Das ist nicht der Händler. Es sei, er hat aufgestockt. Wie gesagt. Wenn das irgendwie anfangen sollte, mir auf den Pillemann zu jenen... Ups. Dann kann ich ja die Grafik immer noch runterdrehen. Hallo. Rrrr, Kabin. Rrrr. Anderes Spiel. Jetzt aber weg. Flinke Füße. Füße. Es könnte was sein. La, la. Äh, vielleicht müsste ich hier Dings ein bisschen deaktivieren. Äh, Schattenresolution und so. Brrrr. Dumm ist mein Ausrede, es will er. Naja, es geht ausreden. Ich hab das Spiel nämlich gespielt. Oder beziehungsweise nicht gespielt. Ich hab's aufgenommen gehabt. Deswegen. Hab ich gerade will an diese schöne Steuerung im Kopf. Na ja. Das Schöne ist, ich brauch jetzt hier nicht mal hier Server starten und ausmachen. Man muss das positiv gesehen. Und das ist positiv. Entschuldigung. Ich hab bloß den Stein gesehen und wollte ihn mitnehmen. Das ist ein schöner Stein gewesen. Der war so schön steinig glatt. Hab ich gedacht, das wäre der richtige Stein für mich gewesen. Aber ich hab den hier ins Rollen gebracht, den Stein. Adam, ich kann schon wieder nicht aufhören. Alles vom vorn. Alles vom vorn. Ja, das wird sich lohnen. Denn es ist alles vom vorn. Keine Rüstung auf dem Arsch. Na toll. Oh, aber dafür was Schöne zum Essen. Klaus-Kleber. Das nächste war doch mal ganz kurz. Das wird ich mal gleich nehmen, wa? Gehen Sie weiter. Hier ist niemand. Ich meinte, hier ist niemand. So, Rick. Du alte kleine Wanze. Jetzt, wie steht's? Ist das auch ein neues Geräusch? Gehört zum Spiel. Ist mir noch nie aufgefallen. Klimatechnischerweise. Knurr mich nicht an, den kenn ich doch ja nicht. Ja, ja. Gut. Erste Quest. Buddeln. Schön Buddeln. Haben wir letztes Mal damit aufgehört. Und jetzt machen wir weiter. Alter, und ich hatte letztes Mal das schöne Sch... Ach, Mann, das. Das fällt mir jetzt ein. Nitrat und... Äh, nicht Nitrat. Äh, Ölstein und so. Hatten wir 20.000 gesammelt. Schöner Einfall. Einfall. Der ist fritter gewesen. Moment mal, ich kann ja... Aber wie? Das ist ein Zaun. Das darfst du nicht. Unklener... Querulant, du. So, warte mal. Äh, glücklicher Sammler. Wir rennen damit. Mehr ist nicht drinnen. So, Pfeile. Ich hab so das hier für, die werde ich die nächstes brauchen. Moment mal, ich kann mir auch ne... Moment mal. Äh, da ist er. Hab ich, hab ich. Hab ich noch nicht. Es ist nur ne Frage der Zeit. Wo sie denn hin? Da. Hä? Ach so. Questmäßig geht weiter. Ein Gebiets-Schutzblock. Das macht Bock. Warum wird die Quest jetzt so angezeigt? Nicht mehr gelb, oder wat? Gut. Na gut. Oh, Piepen. Ich hab äh, Piepen. Da ist nur so'n Helm-Gut. Ne, 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 ne. Halten sie mal Abstand und auf ihnen rufen. Ooi. Ooi. Brül. Volle Gewalt. Bisset knallt. Jetzt kommt er immer bitte dahinten. Jetzt haben wir rechtet schon. Ach Mensch. Ist ja nicht abgespeichert gewesen. Das ist jetzt mein Ziel. Zwar noch keine Munition, aber... Es ist nur ne Frage der Zeit. Handagen. Das ist ein Zeichen. Ich weiß bloß nicht, ob mir das gefällt, das Zeichen. Du, 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 du. Jetzt sucht der Kabi Möhm. Und wie's so schön ist, wenn man was braucht, ist nix da. Alter, das ist schon die Wüste. Hä? Das sind 8000er Karte. Und das sollte sein mittig und dann ringsherum. Also bis jetzt ist es keine 8000er Karte. Ich sieht nicht. Ich würde dich jetzt nicht unterschreiben. Da ist er. Das ist mein Punkt. Ganz schön klein. So, na denn. Gar kein Problem. Ist noch da hinten. Alles gut. Sie kommt aber schon näher. Und das Spiel hat schon weilei gewechselt, ohne dass ich in der Nähe... Also ich würde sagen, ich war noch nicht mal in der Nähe vom Mausrad. Ist doch gewundert. Ey, ich hab mich hier aber gewundert, warum die noch nicht da ist. Na, 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 na. Ausdauer. Immer noch Ausdauer. Nee, 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 nee. Du willst nicht. Na, 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 na. Ringfight. Konnichiwa. Punkte wurden überwiesen. Kann weiterhin. Könnten sie mal bitte da weggehen? Die müssen aber auch mitten im Weg rum gehen. Also, ich werde das so machen. Ein Sacken verschwinden. Also, wenn geht. Das ist mein Plan. Halt, stopp. Schon wieder. Was soll das Spiel? Oder lass das? Ah, nee. Das muss hier sein. Das muss genau da sein. Oder auch nicht. Denn ist es da. Die Kulisse. Die ist... ...schwierig. Da ist er doch. Ja, gut. Muss nicht. Schnell abheben. Achso, ist ja bloß ein Abholding. Logischerweise. So. Und dann kicken wir uns gleich mal hier oben. Nach einer Behausung. Wie gesagt, es wäre schön, wenn es ein Stein ist. Das ist der Händlerkabin. Du kannst nicht beziehen. Wie ist es? Vielleicht muss man bloß nicht nachfragen. Hat ja noch keiner versucht. Bei ihm ist kein Wunder. Wer will bei denen nicht sein? So. Na denn. Rick, du alte Flitzepiepe. Hallo. Ich möchte die haben. Gut. Dann hat sich das mit dem Bauen erledigt, wa? Tada. Wech damit. Gut. Knifft am Start. Starten wir mal den überall. So, aber erstmal brauche ich eine neue Rüstung. Also nicht neu, sondern ich brauche generell meine Rüstung hier. So, und primitiv. Voll primitiv. Ach so, und, äh. In Sachen. Ähm. Update. Die sollen ja jetzt nochmal Assassinen hochgeschraubt haben, wa? Also quasi. Bist du jetzt so sneaky picky, dass du überhaupt nicht mehr erkannt wirst. Von Zombies oder was. Oder wie soll ich das verstehen? Wenn du eine richtige Rüstung hattest hier. Von Assassinen. Richtige Mods und so drinne. Dann war es ja schon so fast unerkannt. Oh. Warten's mal. Das ist wichtig. Da ist Nachwuch drinne. Ja. Wir naschen in den Nahrung. So. Na denn. Kann ich mir noch ein paar Pfeile bauen? Ich glaube, ich könnte die nicht brauchen. Ganze Zwiegstück. Das muss reichen. Ja, gut. Ne? Eigentlich hätte ich wieder Bock, was einen jetzt zu bauen. Also ohne zu beziehen. Also unseren schönen Graben will er bauen und so. Warum denn nicht? Ich glaube, das machen wir. Hier sind wir in der Nähe vom Händler. Hier ist ein Schnicket Haus. Ach, weißt du was? Wasser ist auch da. Hier ist ein bisschen holprig. Ist das hier. Aber hier ist schön glatt. Hier machen wir das. Hierfür liegt das. Ja. Hier kommt unsere Hütte hin. Also unser Würfel. Alles beginnt mit einem Würfel. Dann würfeln wir mal, was? Nee, 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 nee. Rück mir mal ne auf der Pelle, Mädel. Äh, Junge. Huber. Da geht so nicht. So. Ähm. Blöcke. Ein Kamin braucht Blöcke. So. So. Och, der ist schon wieder so ein dicker. Äh, du bist so dick. Reißen Sie sich mal zusammen. Das sind drei. Das sind vier. Das sind fünfe. So. Das wird unser Würfel. So. Base ist fertig. Mehr brauchen wir nicht. Man muss ja minimal halten und so. Und meine Schuhe sind fertig. So. Warte, 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 warte. Fertig. Gut. Jetzt braucht der Kabin wieder Holz. Und dann werten wir das auf. Dann machen wir die ersten Spikes. Das war nicht jedes Mal hier so. Und dann ist es gut. Ich fühle es. Das wird was. Ich habe Vertrauen. Wenn nicht, dann ziehe ich da neben einem. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber es wird passieren. Warten Sie mal. Das ist ja... Haben Sie mal einen Stein? Stein. Und noch einen Stein auf der hohle Kante und dann ist es gut. Obwohl, da lag ja auch jeder. Die haben schön viele Baumstäme, wa? Äh, strumpfen. Strumpfen. Stumpfigerweise. Oh, mir fällt gerade so nebenbei will er ein. Der müssen wir aber richtig absichern. Wir werden wahrscheinlich in der ersten Horde wieder Wolf unterkriegen, wa? Abschreckungstechnischerweise. Ich glaube mal, ja. Und der Ding wird keine Türen haben. Erstmal. Es wird bloß eine Wand haben und, äh... Ich werde dann rin hüpfen mit Blöcke. Wahrscheinlich. Vielleicht hätte ich auch mal noch ihn so... Ach so, kann ich immer noch machen. Ihn freilassen. So, dann würde ich sagen. So, wa? Ein. Ein. Na. Immer mit Profis. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Übertrieben? Vielleicht. Hä? Na, ist ja, ja, ey. So, und dann mache ich wieder zwei, so, ne? Ja, warten Sie mal. Wenn das fünf... Dann müsste ich ja drei machen. Drei breit. Muss ich gar nicht. Er sagt, dass ich das muss. Werben muss ich. Also, und normalerweise. Also, ich meinte jetzt nicht jetzt, aber... Irgendwann wird das passieren. Einfach mal die Klappe halten. Machen wir es so. Ja. So. Das wird der Weg des Schmerzes. Und wenn ich den da hinten sehe, fängt das jetzt schon an Schmerzen. Jawohl. So, warte mal. Denn... würde ich sagen... hätte da noch nicht mal was angefangen und schon äh, wird hier rumgeschraubt und gemacht. Ja. Na ja. Mehr oder weniger. Alter, meine Hütte ist noch nicht mehr fertig, aber ich fange hier schon an, die Falle zu bauen. Find mal den Fehler. Beziehungsweise... Gott, heiß. Ich versuche gerade gedankenmäßig gerade zusammen zu zimmern. Das ist doch richtig. Wie jetzt? Oh, kein Holz. Na, so weit aber auch. Das ist mir jetzt peinlich. Ja, genau. Ist aber... Wir wissen doch Bescheid. So, das nächste, was wir auf jeden Fall brauchen, wie gesagt, ist immer eng kocht. Ohne Kochtopf kein Wasser. Also kein Wasser abkochen, so rum. So. Äh, da hin. So. Und so. Dann dürfte die Breite noch sein. Ja, ist richtig. Und dann von außen ein Leiter ran. Und dann ist es gut. Jo. Alter, was ist denn hier los? Ist ja voll... Vollhaus ist ja hier. Ja. Jetzt muss ich die ganze Schoße bloß noch aufwerten. Und Leitern anklatschen. So. Leiter. Jetzt wird's heiter. Karbin baut Leiter. Reicht. Ah, das könnte schon... Ah, nee. So. So würde ich sagen. Jo. So, dann müssen wir hier zumachen und hier muss man zumachen. Ja. Hm. Ach so. Ach so. Stand up is. Stand up is. Wer weiß, wer weiß. Süß. So, warte mal. Hier da ist er. Hier da. Das ist jetzt ganz schlecht. Mädel da unten. Das ist mit dich, wa? Nee, das ist mit dich. Leg das mit dich an. Ich glaube, ich müsste mich gleich drum kümmern, wa? Ja. Ich glaube, ich müsste mich gleich drum kümmern, wa? Sachen machen und dann... Ich sag mal so, solange es nicht gleich hier einkracht, wie... Ich will das eh nemal. Ist das doch alles ganz gut. Ja, so kein Holz. Na gut, dann nehmen wir mal runter. Und vermöbeln die. Ich brauch ja so oder so Holz. Ach, ihr. Ich brauchst, Aura. Geht doch. Es geht doch. So, gleich mal den Honig mitnehmen. Also, wenn da Honig drinne wär. Wenn ich dann nicht Holz... Dann brauch ich bloß noch ein paar Treppen und dann ist es gut. Klappe ran. Hofwerten, den ganzen Kladderadatsch. Und dann können wir uns... ...Questenvilla widmen. Ja. Das könnte was werden. Wollen sie mal, ich brauch was zum Essen. So. Alter, das ist denn quasi schon der... ...zwete Neustart oder so. Zweit oder dritte. Das erste Mal war ja ohne Server, weil das ja nicht hingehauen hat. Das zweite Mal war Umstellung von... ...experimentell auf Stable. Und jetzt normal von... ...Server zurück bis normal, weil... ...update. So, warte mal. Das ist wahrscheinlich ja auch nicht so richtig. Ja, müssen wir mal gucken. Ich mach mal erstmal bloß 50. Hier sagt... Hallo, 50. So, ne Treppe. Jo. Eine Treppe, die wir... Ich hab jetzt auch ne Treppe. Hey, doch. So. So. Dann müsste ich ja... Dann müsste ich... Ne, das haut doch schon jetzt ja nicht hin. Ich müsste ja mindestens so... Ja. Und dann muss ja erst die Schrägen... ...ran. Gell? Gell? Gut. Dann müssen wir das nochmal ausrichten. Ist ja nicht so schlimm. Und auch sehen, müsste ich das halt aufwerten, was? Aber mit dem Zombie am Arsch... ...uch schwierig. Riech. Aua. Ich ja, du nicht. Ja, entschuldige, weil tätig. Guck mal, ich nehm das hier hoch nochmal weg. Na ja. So. Muss ja nie alle Treppe, wie sie sein. Muss ja nur so, dass sie eben halt... ...sie sagen... Ach. Das ist aber einfach, hier hochzukommen. Na, das ist ja schön. So ungefähr. Und das ist verkehrt. Das ist auch verkehrt. Das brauche ich mal. Ach man. So. Gut. Dann machen wir dem Teil so wieder. Ah, die können auch... ...ich bin... ...sie... ...ja, warte mal. ...sie Zentimeter rumloven. Oder? Oder? So. Ist ja nun breit genug, oder? Wenn sie mal nicht so haben. Ja, das reicht, Digga. Ey, Moment mal. Ja, doch. Hättet ihr auch noch die Hand hier hin. Ich hätte hier oben ran gesetzt müssen. Da, so. Oder so. Hey, das haut doch gar nicht. Moment mal. Also. Da ist die... Ach, da muss der doch ran, Mensch. Es fängt jetzt schon gut an. So, jetzt haut es hin. Äh, noch eh mal... ...nen Block. Jeder Anfang ist bei mir schwer. Wie weit war der da? War ja bis hier ran. Jupp. So. Das ist doch gar nicht so kompliziert. Warum mach ich eben hier mal so kompliziert? Ich weiß es nicht. So, dann kommen hier die Fallen ran und so. Wird jetzt auch gerne wieder in der Mitte dazu. Die wird... ...reiter links hatten. Ups, hier sollen dann die Spikes rinnen. Oder dass die runterfallen können. So rum. Vielleicht, da sollte ich auch Schreien dran setzen. Aber ich hab ja jetzt nicht hier schon so Schreien dran, ne? Vielleicht hätten die Schreien andersrum hier müssen. Wer wies das schon? Ich lass das so. Ja, klar, sich. Gut, also, ähm, dann brauche ich ja Klappen. Machen wir gleich zwei Stück. Ich hab... Ach ne, die kosten ja zehn. Gut, dann mach ich erstmal eine so und eine so. Unten ist dann das und dann das. Jo. Jo. So machen wir das. Äh, Moment mal. Ich muss ja hoch. Hallo. Das geht so nicht. Ich muss ja hier hoch. Sonst... ...wird das nämlich nichts. Da muss ich denn. Äh, seitlich. Weil hier ist uns Problem. Wenn das zu sein soll, dann soll zu. Sie zu. Gut. Den Klappen, das bleib fertig. Dann bräuch ich bloß noch die ganze Show so fährten und dann nach unten gehen. Also unser Standardblock ist wieder... ...wohan. Nee. Mann, du solltest eigentlich nur das drehen. Dann muss ich die ganze Show so nun auch werten. Und für die ersten zwei Hohen würde es schon reichen. Hoff ich doch. Na? Nein. 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 Überlöcke. Hat eigentlich vier. Naja, gut. Okay. Die letzten. Ich muss ja auch eine Klappe rinnen. Sonst würde ich nämlich hier noch... Da guckt eine Klappe rinnen. Ich muss ja auch in den Käfig rinnen kommen. Und dann brauche ich ja doch nur einen. So, warte mal. Ähm. Da. So. Was mach ich denn da hier? Äh? Muss ich ja doch ran sitzen können. Ach nee, das geht nicht, weil das hier drinnen ist. Muss nur ehrenat werden. Muss nur ordentlich Licht werden. Gute hier. Aber sonst... Ist es so, wie ich das gedacht habe. Ob der dort war. So. So muss er dringend herum. Ja, gut. Jetzt sind es vier mehr, aber... Es wird schon gehen. Dann. Oh, genau. Das selbe. Gibt es das überhaupt? Kann ich das hier so machen? Ich glaube nicht. Doch, das geht. Hätte ich jetzt nie gedacht. Oh, ich hasse das. Muss ich nur die in der Mitte, äh... Die vorne dann wegnehmen. Dann ist es gut. Na? Katsache. So ein Ditter. Es ist manchmal schwierig zu sitzen, wenn man ungedeutig ist. So. So. Mein Holzjahr-Käfig ist da. Schaboom. So. Das ist jetzt doof, weil das wahrscheinlich nicht so funktioniert. Gut. Das sage ich nie wieder. Funktioniert. Mehr oder weniger. Muss bloß aufgewertet werden. Und noch muss noch ein Balken zwischengesetzt werden. Aber den kann ich jetzt ja nicht setzen. Aber ist erstmal egal. Wir haben das jetzt erstmal fertig. Jetzt muss die ganze Chance noch aufgewertet werden. Und es muss ein schlafender Sack gesetzt werden. Haben wir auch. Und jetzt kommt noch eine Kiste oben drauf. Ja, eine Tür. Ich will aber keine Tür. Also noch nicht. Vielleicht ja hier... Oh, warte mal. Ja, gut. Wenn ich sie bauen soll, dann machen wir was. Hat ja auch was. Müssen wir uns bloß noch mit anfreunden. Kriegen wir hin. Also Leute. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle. Selbe Welle. Bauen sie rein. Ich bin aus. Tschüss!